Hallo Freunde der virtuellen Dampfwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS19 NF Marsch Vierfach. So, jetzt widmen wir uns hier endlich mal wieder der Hardy Spritze. Moment, kommen wir da drüben auch raus? Ich glaube... Nein. Gut, also fahren wir einmal hier rüber. Ich habe mich jetzt da so gewundert, warum da Unkraut ist. 21 wäre Unkraut, die könnt ihr eventuell auch mal noch spritzen. So, jetzt fahren wir rüber auf die 9 und dann würde ich sagen hoch auf die 10 und dann noch die 12 und dann haben wir das soweit geschafft. Achso, jetzt habe ich das noch nicht angepasst. Ah Mist, dann wollen wir mal wieder die Rundumleuchten hier an. Müssen ja die Leute sehen, dass wir mit einem ganz ganz großen Gefährt unterwegs sind. Ja, dann am besten Abstand halten, Freunde der Nacht. So, fangen wir hier schön rein. zack. Feldkurs generieren, 9, das passt soweit. Zack. Speichern wir das Ganze unter F9. Ich gucke mal auf 5 Meter. So. So. Na. Ich möchte schon so halbwegs gerade da hinfahren. So. So. So muss ich einfach kurz speichern. Und tschüss. Habe die Ehre auf Wiedersehen. Schauen wir mal, ob es reicht. So. Also der Hackschnitzel scheint wieder zu funktionieren. Das ist natürlich sehr gut. Äh. Oh. Zellstofffabrik. Was sieht denn hier aus? Ja, Toilettenpapier könnte man dann mal nach einer Ladung verkaufen. Wieso der jetzt hier auf einmal so langsam fährt? Keine Ahnung. Ah, wegen dem Knick hier. Genau das wollte ich dann beim anderen auch noch machen. Aber der hat es geschafft angeblich. Ja, der hat es geschafft. Das ist gut. So. Jetzt gibt es aber eine neue Errungenschaft. Nicht den IT-Runner. Wo ist denn der? Nein. Äh. Wo ist denn der? Den ist ja gar nicht aktiviert. Och, Menno. Na ja. Sei es drum. Oder ist der woanders drin? Nein. Hier ist er auch nicht drin. Hier sind nur die Volvos drin. Da ist der drin. Da ist nur dieses Pack drin. Okay, habe ich ihn gar nicht aktiviert. Upsala. Da sieht man es jetzt schön, wie er gesprungen ist. Ähm. So. Genau. Dich nehmen wir jetzt. Jetzt. Oh, jetzt kommt es da der Ding entgegen. So, nehmen wir hier auf. So. So, und da fangen wir am besten bis hier hin. Na, komm, 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 komm. Gut, danke. Das war f8. Das war f8. So, gerade hier nebenbei immer machen. Dass wir jetzt nachher nicht so viel auf einen Schlag haben. So. So, das würde ich schnell verbinden. So. Dich mit dem. Dann passt das soweit. Haben wir die jetzt auch eingepflegt. Also das f8 eingepflegt. Wenn wir mal gucken, dass wir sehr schnellstmöglich wegkommen. Die Kurve hier raus fehlt noch. Dass wir sie dann vielleicht hier anschließen lassen. Ja, müssen wir. Das andere bleibt uns jetzt nicht übrig. Und dann hier reinfahren. Schön. Zack, die Bohne. Hallo. Da. Danke. Okay. Das ist dann f9. Äh, alt. Nicht, dass der unser hier noch. Ne. Was mache ich denn jetzt eigentlich, ey. Unglaublich. So, fahren wir jetzt hier rückwärts hin. Äh, ja. Versuchen wir schon so ein Stück rüber zu fahren. Stopp. Nicht aufs Feld fahren. Am besten. So. Stellen wir uns hier hin, dass wir dann gleich die Spritze tanken können. Okay, der ist, glaube ich, unbeschadet. Hat er es geschafft. Ähm. Da, 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 da. Den können wir jetzt auch mal wegfahren. So. So. Stelle mal hier wieder rein. Schön. So. Passt das. So. Dup, 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 dup. Äh, tun wir den auch mal wegstellen. Äh, hier in unsere schöne Fahrzeughalle. So. Ähm. Ähm. Da fällt ja schön, dass ich den Mais runter. Das passt dann auch. Du bist jetzt gleich fertig, oder? Jo. Das ist gleich fertig. Ja, komm. Zack. So. Fahren wir das kleine Stückchen schnell selber. Z. So. Der ist soweit fertig. Ja, 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 ja. Hier müssen wir halt auch die ganzen Kurse, müssen wir dann, ähm, ähm, in die richtigen Ordner rein schieben. So. So. Jetzt tun wir hier, füllen wieder die Spritze. Tup, 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 tup. Das dauert einen kleinen Moment. So, jetzt haben wir's. So. So. In der Zeit können wir nicht mal 1, 2, ähm, Kurse verschieben. Das war der f5. Und den f6. Zack. F5 und f6. Moment, f10 haben wir noch. Kein. Okay. Gut. Upsala. Alles gut. Er ist geländegängig. Ah, ich wollte mal die Herstellerangaben testen. War das jetzt hier rein oder was? Vorne rein. Ganz kurz gucken. Laden wir mal den Kurs. Wo haben wir hier gestartet? Ach, guck hier vorne. Na gut, dann tun wir den Kurs halt wieder verwerfen. So. Tun wir auch hier starten. Hätte ich jetzt einfach mal so frech behauptet. Äh, ja. Feld 10. Generieren. Vielen Dank. Oh, das haben wir aber fast geschafft, du. Genau ist es uns so hinzustellen. Also, viel hat jetzt hier nicht gefehlt. Das ist jetzt natürlich f10. So, passt das. Safety first, ne? Und auf Wiedersehen. Viel Spaß. So. Jetzt wo haben wir jetzt wieder den... Ach, jetzt sind wir gerade mal hier. Jetzt können wir gucken, ob das jetzt so weit funktioniert. Oder ob das jetzt vorher nur Zufall war. Oh nein, das funktioniert, glaube ich, jetzt so. Das müsste passen. So. Der soll natürlich wieder fahren an Hofmitte. Und der soll fahren an Hofmitte, dass wir wieder füllen können. Ich denke, dass wir für Feld 10 und 12... Oh, hier fehlt den Ab... Ah ja, stimmt, hier fehlt der Abzweig. Naja, egal. Drei Mal. Drei Mal. Müssen wir uns kurz merken. Ich will jetzt trotzdem zur Sicherheit die, 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 ähm... Zwei Knicke einbauen. Ne? Einfach nur zur Sicherheit. So, dann soll ich Toilettenpapier noch verkaufen. By the way, kann man eigentlich hier einen Punkt machen. Dann den Punkt löschen. So, und hier den Punkt. Ja, das ist jetzt halt... Oh, nö. Hä? So, einfach so einen komischen Knick halt hier einbauen, ne? So, jetzt müsst ihr da theoretisch extrem vorsichtig fahren. So, okay. Das heißt... Und hier vorne tun wir einfach den hier löschen. So, wir brauchen ja einfach nur zwei Punkte. Die kann ich ja mir, äh, noch so platzieren, wie ich sie brauche. So. Aber natürlich, jetzt ist es nochmal in die Position fahren. So, dass man hier auch alles, äh, begutachten kann. Äh, ja. Den kann man hier lassen. Das heißt, schon mal die zwei kann man verbinden. Und dann den einfach, äh, hier hin. Nein, das ist, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Deswegen, oh, halt. Äh, den so hin. Und, hallo. Den so hin, ne? Ah, das ist schon ein zu starker Knick. Hätte ich gesagt. Ja, das ist meiner Meinung nach auch zu stark. So. Genau. Dreimal auf Wiedersehen. Aber gut, meine Freunde. Das war es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.